Ich schicke da mal welche hin, weil oben kann Kronen. Da kommt schon einiges. Ich hab's natürlich sofort auf die Holzhütte abgesehen. Natürlich. Diese Schweine. Ach du Scheiße. Flederm aus dem Mond in der Base. Das eine Vieh kümmert sich der Ballister Tower. Der andere macht meinen Held. Okay, ist dort. Irgendeiner von denen da drinnen in diesem Kabuff ist ein Held von denen. Der mit dem Symbol drauf. Der muss sterben. Der bufft die anderen. Mach mal deine Fähigkeit, wenn du kannst. Hab ich schon, hab ich schon. Gott, ich glaub ich sterb, Nicklas. Komm da nicht raus. Doch, ich komm raus. Ja, solange Gegner sind, haltest du dich da nicht. Ja, klar. Ein bisschen zurückbleiben muss ich trotzdem. Okay, der Held ist tot. Sehr gut. Und wir verlieren auch keine Farm. Das ist das Wichtigste. Ja. Die Mauern, die kann ich wieder aufbauen, so ärgerlich das auch ist. Und. Solange wir keinen Tower verlieren und keine Farm, ist das ein Sieg. Schickt die Einheiten runter. Da sind ein paar übrig und die stehen im Todesnebel. Von hier oben. Einheiten. Ja. 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 Jetzt sind sie krank. Ja. Ja. Okay, jetzt brauchen wir da wieder. Ja, die Holzütte ist weg. Die Kranken, die stell lieber an den Brunnen. Ja, versuch ich. Es kommt als nächstes. Ein Rambok. Ja, das muss doch nicht sein. Euda, oida, oida. Mit Sand stürm? Was mit Sand? Ach Gott. Ja, so kommt's mir grad vor mit dem Wind. Ach kommt Leute Ich brauch Kohle Ich auch, dringend Ich krieg das Loch, glaub ich nicht rechtzeitig gestopft Doch, hab's Pikeniere, na die kosten viel zu viel Wo soll ich denn mal Javelin Soldiers hinschicken, zu dir hoch wieder? Oh, ich mach mal Ah, der Angriff kommt komplett von oben, da wird unten kein einziger kommen Ja, ich kann vier ausrüsten, also die vier machen, die hol ich mal her Dachte ich Und dann kommen sie alle von Westen, oder wie? Ja, ich schick mal Conan hin Oh, die Pisser Diese Pisser, die Elenden Ah, scheiße Schon wieder einer mit dem Drecksflammensperr Ach du Scheiße Der Rambock ist bei mir hier oben Ach shit Oh shit Totenbeschwörer, weg mit dem Du schickst Du schickst Du schickst Du schickst Okay Okay, die kuscheln sich so sehr an die Mauer, dass der Rambock überhaupt gar nicht erst dran gekommen ist Das ist sehr gut Und Hier unten ist auch Paletti, also hier im Westen Kein Problem Ja, hier brechen sie wieder durch Und das obwohl ich eine Doppelmauer gebaut habe Das ist doch widerlich Schnell 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 Löschen So, okay Besten ist kein Problem mehr So ich mit Conan hochkommen? Javelins machen grad mehr Aber ein paar Feuerlöscher wär vielleicht cool Oh Conan steht schon mal da, sobald sie durchbrechen hier Ich hab auch meine Fähigkeit grad ready Hm, die werden nicht durchkommen Ich glaub schon, dass die hier durchkommen Geil Ja, sind durch Okay Sehr gut MMM Stress dich, wir haben minus 1 Holz Niklas, wir sind am Arsch So ziemlich, ja Oh, die nächste schon wieder Zwei Flammdämonen, ach komm Gott Ich hab keinen Bock mehr So, ich hab uns mal ein bisschen Holz hier unten beschafft Ich hoffe, das hält ein bisschen Ich hoffe Okay Ach, die sind ja schon unten Ja Die fallen dir komplett in die Backlane Macht nix Die Kronen auch da gleich Ja, die Javelins sind alle hinüber Passiert Ich bin auf dem Weg Oh, scheiße Feuerdämonen Die greifen meinen Ballister Tower an, die Schweine Scheiße Die haben einen Ballister Tower kaputt gemacht, das ist so Das ist sehr schlecht, ja Ah, angelehnt Oh nice, kannst du grad heilen? Hm? Oder was, was hat mich da grad geheilt? Hast ein Level Up gehabt Ah, okay Glück gehabt Hat nämlich, glaub ich, nicht mehr viel Leben Ja, ich weiß Ja, ich weiß Wir sterben auch gerade alle Ich glaub, die nächste will überleben noch nicht Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir Da im Arsch sind Das lief jetzt eine Zeit lang sehr gut Ja, aber jetzt werden sie einfach zu stark Ja, Snowball Wir sind zu klein Nicht weit genug exporten Die zu wenig haut So Sehr gut Oh shit, mein Ballister Tower brennt Die Hälfte Zwei Katapulte Trainingsswordsmann Aaaaah Towards the enemy Repairing Struktur brennt Struktur brennt Jaa Jaa Sehr gut Pfff Die Mauer ist verloren Jaa 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 Units Oh Gott Da geht immer mehr kaputt Ich bin bereit Struktur brennt Trainingsswordsmann O Verkaufgarten Ich verkauf kann alles einfach nur um Einheiten machen zu können Eieieiei Oh Gott. Oh Gott, jetzt schon. Das war's. Niklas, wir sind's am Arsch. Wir sind trip. Aber hey, 16 Runden. Unsere 16 Wellen, ja? 15 geschafft, 16 sogar. Tot. Aber, ganz ehrlich, ist schon mal in Ordnung. Krass, unsere zweite Runde ist zu zweit. Ich würde doch mal sagen, hätte schlimmer laufen können. Ja. Wohl wahr. 270 Einheiten. RIP-US, Niklas. RIP-US, einfach. Wenn's wenigstens nur die Lanzenträger wären. Oder die Speer. Weil es sind acht Feuerwerfer. Acht Skorpione und zwei Katapulte, die einfach Area Damage machen. der direkt aus der Hölle kommt. Und außer Reichweite von meinen scheiß Ballisten ist. Units holy shit. Ja, die sind drin. Mhm. Das war's. Das Katapult ballert schon auf Hauptbeugebäude. Und jetzt sind sie oben auch durch. Holy shit. Unten auch gleich. Holy shit. Holy shit. Nein. 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 Egal ob wir diese Runde überleben oder nicht. Davon erholen wir uns nicht mehr. Niklas, das nicht, aber wir hätten die Runde überlebt. Wir gesagt haben, die schaffen wir niemals. Die obere Mauer brennt. Ja. Unsere Holzproduktion ist weg. Ja. Ne, noch haben wir plus drei. Plus eins. Oh shit. Na unten zuhör ich ja. Units Niklas, wir haben die Welle geschafft. Unsere Goldproduktion ist tot. Unsere Holzproduktion ist tot. Niklas, alles ist tot. Wir haben nicht mal mehr einen scheiß Marktplatz, um dieses überschüssige Müllzeug loszuwerden. Niklas, ich habe nicht mal mehr eine Kaserne. Ja, und ich habe kein Gold oder irgendwie Arbeiter, um mir zu lassen. Niklas, ein Tagwave, Niklas, komm. Ich schaffe mal easy. Weißt was, wir marschieren den entgegen. Wir marschieren den entgegen? Okay. Ich komm mit. 240, vor allem waren es 270, das schaffen wir. Gut, das ist jetzt nicht verbrannte. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt noch Feuer gefangen. Gut. Towards the enemy, yes. Towards the enemy. Sehr gut, in den vermilch ich mich. Easy. Ist ja nicht so, als ob sie gerade unten durchmarschieren. Nee, mehr easy, Niklas. Da unten habe ich noch Einheiten. Naja, kein Problem. Shit. Oh mein Gott, schau mal kurz in unsere Base. Naja. Ich renne mal zurück. Ich auch. Cannot hold my out much longer. Ja, 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 ja. Das hab die letzte Welle auch schon gesagt. Nicht so. Wir haben es easy geschafft. Oh Gott. Schon mal. Das Leben von der Base. Okay. G fucking G, Alter. G fucking G. Macht mal nix. Uff. Ne. Haben wir nix gemacht. Irgendwann schaffen wir's. Irgendwann schaffen wir's, ja. Alter. Was, was. Schau mal denn. Der Veterancy Bonus. Da hab ich den ganzen Schmarrn gemacht. Construction hast du den ganzen Schmarrn gemacht. Mhm. Best Killstreak 212. Was bringt jetzt der, der Score? Nix, oder? Äh. Ne. Überhaupt nix. Es gibt ne Lobby. Die heißt Deep Throat. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wer's bis zum Schluss durchgehalten hat. Schauen wir mal. Mal sehen. Und dann bis denne. Ciao.